Sie wachsen nur im Föhrenort und speziell nur da weiter drinnen und um Waldland. Sie sind sehr genügend, wachsen auf dem Lager, aber sie brauchen sehr viel Sonnenfunk. Sie wachsen nur da und um Wald, weiter drinnen. Aber hier sind nicht die, die so hier sind, durch den müden Winter, muss ich sagen. Und da sind die Leute, meine Sachen, um eine Spur später da und sind mehr. Da ist die Frage von der Wofa, nachdem die auch nicht mehr zu verbrülen. Der Koffer der Wohsterkrumm ist besonders wichtig. Der Koffer der Paul, der die auch hinter Christiane und der andere Brüse. Und das haben wir in der USA gehört, dass der Koffer der Obama-Drink kommt. Er war sogar eine Ufa, da war ein Kaffenschlüssel für die Flügel. Ist das schonöglich? Das ist auch egal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.